Ach so, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, ich bin Marco. Dies ist die erste Deutschlektion. Ich mache schnelle Videos und langsame Videos. Dies ist die langsame Version der ersten Deutschlektion. Ich lerne gerade Italienisch, insofern weiß ich, wie schwierig es sein kann, eine Sprache zu lernen. Am Anfang habe ich ein paar Wörter gelernt und dann bin ich stecken geblieben. Ich wollte so gerne fließend sprechen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich auch für dich, dass du Filme auf Deutsch sehen kannst und dass du eine Unterhaltung führen kannst mit einem deutschen Muttersprachler. Und ich möchte auch, dass du Deutsch reden kannst ohne ständig nach Wörtern zu suchen. Ja, also ich war, wie gesagt, sehr frustriert mit dem Italienisch lernen und ich habe auch viele Apps und Webseiten ausprobiert. Das Problem war, dass ich die meisten einfach nur langweilig fand und nutzlos. Ich hatte nicht das Gefühl, viel dabei zu lernen. Bis ich dann einen YouTube-Kanal entdeckt habe von einem Italiener, der seine Muttersprache auf sehr inspirierende und amüsante Weise beibringt. Und dies gab mir die Motivation, die ich brauchte und machte das Lernen viel, viel interessanter. Und da habe ich mir gedacht, es müsste eine deutsche Version geben von diesem YouTube-Kanal und und deswegen mache ich diese Videos. Bevor ich den Kanal gefunden habe, war es nicht einfach für mich, denn die Grammatik schien mir sehr verwirrend und es war auch schwer für mich neue Wörter auswendig zu lernen, neue Wörter in meinen Kopf reinzubekommen. Aber jetzt, da ich Spaß habe und inspiriert bin und dies möchte ich dir auch geben, ich möchte dich inspirieren, jetzt mache ich schnelle Fortschritte und ich lerne auch mit viel mehr Spaß und Inspiration. Ich möchte, dass du dieselben Resultate auch bekommen kannst und deswegen habe ich einen kostenlosen Deutschkurs gemacht, der alles enthält Videos, Texte und Tonaufzeichnungen. Um diesen kostenlosen Kurs zu bekommen, besuche den Link in der Beschreibung oder gehe auf AuthenticGermanLearning.com Okay? Ja, dann freue ich mich auf die nächsten Videos und ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Rückmeldung. und das war's erstmal. Tschüss und lerne Deutsch mit Leidenschaft!